Die Position des DOSB widerspricht nun also aber in großen Zügen dem Koalitionsvertrag. Und nun wird es doch wieder spannend. Und ich komme aus einem Land, Sachsen-Anhalt in Magdeburg, wir haben den größten E-Sportverein Deutschlands, sollte man nicht denken, sind total taffe Jungs und Mädels, die sich dort regelmäßig treffen und spielen. Und die schauen natürlich und sagen, was macht ihr da eigentlich? Schaut euch doch an, wie wir uns hier regelmäßig treffen. Und hier findet eben genau das Verbands- und Vereinsleben statt, das auch sonst im Sport stattfindet.